Herzlich willkommen zu Ihren ersten SAK TV Nachrichten. In diesem Jahr gleich zum Jahresstart konnten wir Lockdown-konform per Videochalte mit ZVSAK-Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann sprechen. Unsere Fragen beantwortete er ausführlich mit vielen neuen Informationen und Einschätzungen. Die dürften nicht nur für Mitgliedsunternehmen aus dem Fachhandwerk interessant sein. Herr Bramann, ja, frohes neues Jahr. Vielen Dank, dass Sie direkt zum Beginn des Jahres hier uns zur Verfügung stehen für ein kurzes Interview. Vielleicht mal eine Einschätzung nach den guten Dingen im letzten Jahr, was man so hörte aus der Branche, gerade aus den SAK-Betrieben. Wie bewerten Sie denn im Moment die Situation, gerade jetzt im zweiten Lockdown? Ja, also die Corona-Krise und auch der jetzt aktuelle Lockdown beschäftigt natürlich nicht nur unsere Branchen, sondern die Menschen insgesamt in Deutschland. Und man muss auch sagen, natürlich weltweit und schlägt wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Kunden aufs Gemüt. Wir merken, dass in der Lockdown-Phase es ein bisschen schlechter wurde. Aber insgesamt muss man sagen, erstens sind wir sehr gut durch das Jahr 2020, dieses wirklich schwierige Corona-Jahr durchgekommen. Und zweitens bleiben wir auch am Ball, dass es 2021 so weitergehen kann. Dafür tun wir als Verband alles. Wir können aber auch sagen, konjunkturell, die Betriebe haben durchgearbeitet. Wir haben, wenn wir die aktuelle Geschäftslage, Einschätzung der Betriebe uns ansehen, aus unserer letzten Umfrage, der Winterumfrage. Ich sage mal, der Jahresabschluss, was die Zahlen angeht, liegt noch nicht vor. Er dürfte aber im Plus liegen, also weiterhin ein Umsatzausbau im Verhältnis zum Vorjahr, einem Nicht-Corona-Jahr. Und wenn man die konjunkturelle Einschätzung der Betriebe sich anschaut, das fragen wir jeweils mit einem Indexwert ab, der natürlich ein gewisschen gefühlte Lage auch spiegelt, aber auch das wiedergibt, wie ist die Kundenansprache. Dann haben wir da eine eingeschätzte Geschäftslage, die sich nur um fünf Prozentpunkte niedriger bewegt als im Jahr 2019 und Anfang Jahres 2020. Und das ist, wenn man so will, auf einem sehr hohen Niveau weiterhin stabil. Und das sehen wir auch an den Auftragsbestandszahlen, die nur geringfügig niedriger sind als vor einem Jahr und eigentlich nach wie vor einen Rekordwert in der Jahresstatistik der Entwicklung in der SAK-Branche darstellen. Im letzten Jahr für uns auch als Verband, nicht nur für die Branche, war das ein gutes Jahr. Der Verband hat sich bewiesen. Wir haben sehr schnell erreichen können, dass unsere Branche, die Betriebe, über die gesamte Wertschöpfungskette, am Ende bis zu den Herstellern zur, ich sag mal, als Dienstleister der systemrelevanten Infrastruktur anerkannt wurden. Da bleiben wir auch am Ball. Das Thema Kritis-Verordnung wird überarbeitet und konkretisiert werden. Und ich bin da zuversichtlich, dass unsere Tätigkeitsprofile exakt reinfließen werden. Das Zweite ist, dass der Verband auch sehr schnell hat Hilfestellungen geben können. Die gesamte Verbandsorganisation, wir konnten Fragen beantworten. Wir haben Mitglieder gewonnen und in so einer Krisenzeit zeigt sich eben auch, was eine funktionierende, beratende, hilfestellunggebende Verbandsorganisation für das Handwerk wert sein kann. Und da wollen wir dran anknüpfen, nicht nur was die Hilfestellung nach innen angeht, sondern auch nach außen. Zum Jahresanfang 2020 sind ja die neuen Förderprogramme in Kraft getreten. Die sind eingeschlagen wie eine Bombe. Die haben mit zur Konjunktur Lokomotive, die wir letztendlich darstellen, im Vergleich zu anderen Branchen und der Wirtschaft insgesamt in Deutschland, beigetragen. Und ich kann Ihnen jetzt aktuell auch berichten. Wir bleiben da am Ball. Wir haben jetzt gerade Signal vom Wirtschaftsministerium bekommen, die politischen Diskussionen zum Gag und zur neuen BEG-Förderung. Da haben wir ja sehr früh auch interveniert und auch wiederholt aufgefordert, die Förderfähigkeit von austauschverpflichteten Wärmeerzeugern, also älter als 30 Jahre, in geeigneter Weise nachzuregeln. Denn das war ja bisher über die BAFA-Förderung in 2020 noch kategorisch ausgeschlossen. Und das ist jetzt bestätigt worden. Das heißt also, auch in dem Bereich wird niemand seine alten Schätzchen jetzt pflegen, weil er einfach keine Förderung kriegt, sondern auch da gibt es Möglichkeiten. Jetzt, das Gag spricht ja auch nicht mehr von einer Austauschpflicht. Vielmehr gibt es da ein Betriebsverbot. Und damit gibt es auch Fördermöglichkeiten an der Stelle zur Modernisierung. Und das ist schon mal ein tolles Signal. Das geben wir natürlich auch in unsere Branche. Und Sie können es natürlich jetzt auch mit ausschreien. Wirklich ein aktueller Aspekt. Wir bleiben da am Ball. Sie haben im vergangenen Jahr vieles angestoßen. Gerade auch im Bereich Digital. Jetzt haben wir die digitale ISH demnächst vor Augen. Was steht denn im Fokus der Verbandsarbeit generell für das Jahr 2021? Was erwarten Sie von der Politik jetzt gerade auch in diesem Wahljahr? Ja gut, wir haben natürlich, und daran werden wir weiter intern arbeiten, unsere Agenda 2025 vor der Brust. Also eine Verbandsorganisation muss sich regelmäßig modernisieren, muss sich auch Ziele setzen, sowohl strukturell als auch vom inhaltlichen Angebot, um attraktiv zu bleiben. Das verfolgen wir weiter, auch in einer Corona-Zeit. Sie wirkt da eher als Beschleuniger. Und dann bin ich auch beim zweiten Thema Beschleuniger, vor allen Dingen auch beim Thema Digitalisierung, wo uns Verbandsumfragen zeigen, dass die Betriebe sich inzwischen auch intensiver damit auseinandersetzen, trotz Hochkonjunktur, die sie aktuell faktisch haben. Wir haben jetzt vor wenigen Monaten ja unser Wartungs- und Serviceportal als digitales Lead, also Auftragsvermittlungsportal, online geschaltet. Und dieses Portal ist inzwischen arrondiert worden. Es ist wirklich ein Rundum-Serviceportal. Immerhin jeder zehnte SHK-Betrieb Deutschlands, damit ist es mit Abstand das größte Branchenportal für Anbieter, ist dort registriert. Und wir können sämtliche Serviceleistungen rund um unsere, ich sage mal, Wertschöpfungskette Branche dort anbieten, verknüpfen das jetzt auch mit Herstellern. Und diese Frames, also die Abfragestrecken, kann im Prinzip runtergebrochen von der zentralen, deutschlandweiten Suche, runtergebrochen über jeden Verband, über jede Innung bis hin zum einzelnen Betrieb auf den Internetseiten eingebunden werden. Viele haben das getan. Und Sie merken auch jetzt schon, dass darüber Anfragen kommen. Gerade in einer Corona-Phase, wo ja vieles auch explizit digital Erfolg erfolgen muss. Also das ist ein Projekt, das wir weiter verfolgen. Natürlich auch das Thema im Digitalisierungsbereich des Datenmanagements, der Datenqualität. Das wissen wenige, dass der ZVSHK im Hintergrund ja wirklich für die Datenqualität sorgt, mit denen dann eben auch zuverlässige Daten von Herstellern geliefert, über den Großhandel, aber auch vor allem über unseren Open Data Pool gebündelt. An das Handwerk gehen, auch verschiedensten Kanälen, über die Software-Applikationen. Aber wir sorgen dafür, dass es einen einheitlichen Standard gibt, das auch nachgebessert werden muss bei Herstellern, wenn sie nicht die ausreichende Qualität liefern. Und wir setzen die Standards. Was braucht das Handwerk? Daran sind wir weiter aktiv. Und auch da haben wir jetzt in unserem Open Data Pool knapp zwei Millionen Artikel-Standarten. Das ist mit Abstand das Größte, was es überhaupt in der Baubranche in allen möglichen Gewerken gibt. Auch da sind wir im Gespräch, das weiter auszudehnen. Mit dem Bauhauptgewerbe, mit anderen Branchen, die uns nahestehen. Nehmen Sie eine Badsanierung, da brauchen Sie Fliesen, da brauchen Sie Gipskartonplatten, alles Mögliche, Putze. Und diese ganzen Geschichten sollen natürlich auch als, ich hätte mal nicht unsere Kernbereichsprodukte, aber trotzdem mit vertreten sein, Dämmstoffe. Das haben wir teilweise schon. Und da arbeiten wir weiter dran. Da aber auch im Schulterschluss mit anderen Verbänden. Und dann muss man natürlich sagen, neben der ISH, die ja nur digital stattfinden kann, die andere Produkte braucht, wo wir uns auch sehr stark in der Pflicht sehen, was nicht einfach wird, das Handwerk dahin zu locken, wo wir uns aber als Innovationstransporteur für unsere Innungsbetriebe verstehen. Immerhin 24.000 Betriebe in Deutschland, denen wir herstellerübergreifend vermitteln wollen, was ist neu. Und das auf einen Blick. Das wird jetzt anlaufen als ein Projekt. Und das wird natürlich hinführen zu einer ISH digital, damit man da gezielt auch als Handwerker und relativ schnell sich zurechtfindet und gezielt auch Produkte und Hersteller zugehen kann. Was bleibt, und wir sind eben auch ein politischer Verband, ein Wirtschaftsverband, der für seine Branche kämpft, auch nicht nur im Fördermittelbereich, das habe ich eben schon erwähnt, bleibt das riesenpolitische Wahljahr, das Superwahljahr, in dem wir stehen 2021. Und da sind wir sehr aktiv. Da ist auch der neue Vorstand wesentlich aktiver geworden, als das vorher der Fall war. Das sehen Sie auch schon an unserer, ich sage mal, auf der Arbeitsebene erfolgreichen Einflussnahme beim Wirtschaftsministerium, beim Bauministerium, in Richtung Förderprogramme und Unterstützungsmaßnahmen. Wir sehen aber, dass wir gerade in diesem Wahljahr, und das mache ich unabhängig von der Farbenlehre einer künftigen Koalition, ganz sicher in der Zukunft eine Diskussion kriegen werden um die Haushaltskonsolidierung. Und so wie derzeit Herr Scholz oder die Bundesregierung insgesamt mit dem Geld um sich werfen, muss man schon fast sagen, ich meine es positiv, aber es ist schon sehr, sehr viel Geld, was da jetzt gerade rausgegeben wird, um uns alle hier zu stabilisieren und auch die Betriebe zu stabilisieren in der Wirtschaft. Das muss an anderer Stelle auch wieder eingespart werden. Und wir kriegen auf der Arbeitsebene durchaus erste Signale, dass das auch im Bereich der Fördermittel sein kann. Es wird am schwierigsten sein, die Diskussion im Sozialstaat zu führen irgendwann. Und das wird auch sehr von der Koalition abhängen. Und insofern sind wir an modernen Konzepten dran. Das würde ich Ihnen gerne auch noch mal separat vorstellen. Ich habe dazu nächste Woche auch mit einem renommierten Wirtschaftsinstitut einen Termin. Wir nennen das ganze Arbeitstitel CO2-Bürgerfonds. Man könnte es auch anders nennen. Aber es geht im Kern um die Mobilisierung, auch als Rentenbaustein gedacht, von privaten Kapitals, was in aktuellen Phasen auf Sichteinlagen konnten schlummert, die sukzessive mit Minuszinsen, EZB-Sollzins, belastet werden. Und das betrifft viele Bürger in Deutschland. Und wenn man da was für einen Rentenbaustein gucken kann und gleichzeitig in einer Art Klimawente einzahlt, das ist derzeit bei uns intern ausformuliert worden. Wir hatten es auch im Frühjahr schon als einen Baustein in unserem Maßnahmenpaket als politisches Positionspapier gegenüber der Bundesregierung formuliert. Es ist doch auch aufgegriffen worden. Alle solche Dinge sind denkbar. Das muss ausformuliert werden. Und das wird unser politischer Aufschlag in diesem Jahr sein. Und ich glaube, das ist eine sehr innovative Idee, die vielleicht nicht nur in Deutschland, vielleicht auch europaweit auf Interesse stoßen kann. Ja, diese Aussagen zum Jahresauftakt in ein sicherlich wieder schwer einzuschätzendes Branchenjahr zeigen. Der ZVSAK hat eine klare Agenda mit definierten Zielen für dieses Jahr. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle nochmal alles Gute für 2021. Was es Neues in der Branche gibt, erfahren Sie ab sofort wieder hier. Am Dienstag sehen wir uns mit einer neuen Reportage wieder. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020